Einen wunderschönen guten Tag. Wir bieten unterschiedlichste Möglichkeiten für Hochzeitsüberraschungen und Hochzeitsgeschenke. Mein Name ist Peter Brox. In unseren Körben können wir verschiedene Dinge verstecken. Selbstverständlich in klassischer Weise Hochzeitstauben oder wie hier Ballons. Falls ihr andere Dinge in den Körben haben möchtet, kein Problem, sprecht uns an. Ausführliche Informationen bei YouTube, einfach nur meinen Namen eingeben, Peter Brox. Huch! Ich freue mich auf Euren Anruf. 0151 230 41 961 Bis später!